1, 2, 3, 4 Ich grüße euch. Ich zeige euch heute einen herrlichen Aufbau-Rhythmus, der sehr zackig ist. Das Grundmuster, das Schlagmuster ist so. Ich mache es mal nur am Rand, auf der Höhe. Jetzt mache ich es mal langsam. Und zwar beginnt ihr mit der Haupthand. Das ist meine rechte Hand. Du beginnst mit deiner Haupthand. Erstmal nur das. 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 Ok. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist... 3, 4 Der zweite Teil beginnt mit der Nebenhand. Ich mache es mal insgesamt. den Rhythmus mit einer kleinen Pause. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Es ist wichtig, dass du die Schläge, dass sie so etwas Zieliges haben. Eine gefühlte... Wenn ich das mit meinen Tönen singe, kannst du es besser hören. Dann hörst du die Melodie raus. 1, 2, 3, 4 Alright? Das ist das Muster. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dann werde ich noch ein bisschen ein paar davon spielen. Für dich einfach als Inspiration. Kleine Anregung. Und auch weil ich Lust drauf habe natürlich. Und damit endet dann auch das Video. Ich wünsche dir viel Spaß und einen wunderbaren Tag. Dein Ingo. Gutmann. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 4 2, 4 2, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 Vielen Dank.